Herzlich Willkommen Leute, Rocket League Finale Woche 3 mit Fisk, im Gegnerteam die anderen Leute von HomoJay, Basti und Paul, auch unbedingt vorbeischauen, kommt Team Blau, Basti schon bejoined, es geht los, es geht direkt los, direkt Action, oh Gott, let's go, Lugy haben wir, das ist Paul übrigens, er kennt ja auch so, Conner's 2 Reihe, und Basti kommt auch mit, oh Gott, hat er einen Hut auf? Ich bin ein bisschen nervös, ja ins Finale sind sie ja gekommen, ich glaube die legen sich das schon vor, ja, sehr gut, schön, da Lugy hat ihn vorgelegt, oder Basti auf jeden Fall, gut abgezogen, ich bin sehr gespannt, oh, der ist aufs Tor gerollt, Oh, was macht der denn? Was machst du denn? Was, ein bisschen spielen? War unabsichtlich, ich hatte keinen Turbo um höher zu gehen Okay, okay Oh, oh, komm ran Sehr gut Sehr gut Er rollt, fast rein Lugy war noch hinter mir Wir haben ihn da mal aus der Ecke gepoolt Oh nein, ich bin vorbei, was war das denn? Was hab ich dir heute morgen erzählt? Das ist die einzige Sache Wo man stehen bleiben beim Schießen, hast du gesagt Den Ball treppen Das ist das Wichtigste Lugy kam mir da entgegen Oh, oh Hat er immer noch so'n Van oder hat er mal ein anderes Auto jetzt? Ich glaube, ich hab kein Van gesehen, bin mir aber nicht so sicher Er hat auch so'n anderes, er hat ein anderes Auto Ein Hot Rod jetzt Ein Hot Rod Hier, pass Oh, oh Gott, ja, ja, ja Oh, Lugy hat genau das gemacht, was verboten war Beispringen Ja, ja Hier Ja, okay, die wollen's nicht sehen Leute, die wollen, müsst ihr das Replay schauen Die wollen das nicht sehen Die klicken das einfach raus Ja, wir spielen einfach auch wieder die, die drei Runden zu Ende Oh Gott, was war das denn? Ja, aber, ist nicht schlimm Der war, der war nice Gekonnt Gekonnt ist eben gekonnt Oooooooooooooooo Oh, ich bin dran Der prallt ab Oh nein, doch, ich fahr'n vorbei Das guckt er sich jetzt an, oder was wärs bist du, ne, ne, ich bin das Schiebt Ich kann noch nicht drüber weg Gerade Ich schau'n auf jeden Fall auch in das andere Video von Basti, also Fisk lädt seinen Part ja auch da hoch Ähm, ich will nämlich wissen, mit welcher Einstellung die an dieses Match gegangen sind Also wirklich rein da sind Und deswegen lass'n wir mal da einen schönen Looms da und ein Dolm'sche Auch die Ja egal wie das Match hier endet Ja egal wie das Match hier endet Kommst du ran? Ja egal wie das Match hier endet Da ist vorne Fisk. Ach, und daneben. Gut vorgelegt. Ich hab ihn hochgelegt nur. Für dich. Hab ihn. Oh. Jaja, das war ich. Oh nein, der geht rein. Oh Gott. Da hab ich hier dich als Bande benutzt. Das war ein schönes Tor. Dich weggeschubst, ja, und dann rüber. Verlängert? Nee, abgerollt. Oh Gott. Alles great. Alles great. Da hat rüber gelupft. Was mach ich denn? Ich bin gerade so selbst beschäftigt. Okay. Äh, ja. Alter. Was macht der? Der lässt laufen. Der lässt laufen. Der lässt den Repay laufen. Nicht sicher, was er am reden ist. Aha. Der lässt den 3D weg. Ups. Der lässt den Ball. Der lässt mal an die Seite gespielt. Oh Gott. Der nimmt damit, aber der geht doch mal hoch. Auf ihn. Sehr gut. Luigi kam dann. Oh, scheiße. Ich hab mich nicht ordentlich aufgerichtet. Irgendeiner hat Paul aus Versehen gerammt. Irgendeiner. Aus Versehen. Das ist eins, Mann. Wer sich zum ersten Mal mit dir diesmal in einem Team, der Rocket League Energy Cup Meister. Ja, ich bin aber nicht so als Mate. Alter. Irgendeiner hat fast nicht drauf. Der Foul ist ganz schön, ey. Ja, scheiße. Ich will auch noch Offshore schießen. Ja. Ungewonnen. Das Foul mit dem 2 on 2 gehört einfach so gut dazu, weil er verliert ja seinen ganzen Boost. Du weißt du? Ja. Es wird ja einfach neu. Und wenn er da eh schon steht und auf den Ball wartet, dann raus sie halt weg, ey. Die dürfen ein Team auswählen, deswegen warten wir. Wir road. Okay. Du bist. Juhu. Achja, jetzt Trick 17. Okay. Ah, schade. Er hat ihn nicht hoch gespielt, sondern auch Flak. Ohhhh. Doppel Pass? Ah, shit. Nee. Oh, doch. Ist ganz gut. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Das ist aber gemein. Doppel Pass mit Basti hier. Guck. Doppel Pass mit Basti. Okay, das war gemein. Ah, das war blöd, weil das ist so ein Eierball und die hatten alle keinen Boost. Das heißt, die haben ihn geblockt und wenn ihr ihn blockt, ist er wieder einfach nur langsam und steht da. Schöner Pass für Basti da. Ja. Oh Gott. Drüber. Okay. Wo bin ich denn? Abgerollt. Oh, shit. Gelupft. Dann fliegt er. Ohhhh. Der hat aber auch einen Move versucht. Achtung. Ich habe... Ja, gut. Kannst du nochmal spielen? Naja. Vorbeigeflogen. Kannst du nochmal spielen? Schade. Ja, komm näher. Äh. Schleinert uns. Ich würde sagen. Ohhhh. Ich wurde gerammt, aber wenn du ihn erwischt. Da hat Basti mir ganz klar die Beine weggezogen. Ich hoffe, dass da... Beine weggezogen. Da haben wir den Reifen weggezogen. Boah. Hier wird absichtlich gefault, ey. Also angeblich soll es ja einen Modus geben, wo das Tor nicht in der Mitte... Also irgendwann, wo das Tor nicht auf der Bodenhöhe ist. Das habe ich. Das haben wir ja gequatscht. Genau. Wäre so ein Tor natürlich nicht möglich gewesen. Was ich auch cool finden würde, wenn das Tor weiter oben wäre. Was ist denn... Hier, guck. mit schmuggelt mal geht's ja sogar drin das halbfinale ja bezahlt gemacht jetzt nicht ein bisschen training das halbfinale war stark untergeflogen oder triff ihn weil er trifft ihn was war da los ich habe ihn nicht getroffen ich fahre mit achtung fahr geradeaus ich bin leider über den ball gerollt aber das hat super gepasst dennoch dran er war bitter nicht fallen sehr gut konnte der macht selber rein fast sentable ja war nicht da warum nicht ich war gerade richtig boost gefahren oh der liegt genau in der mitte vom feld ja was ihr war schneller schöner pass zu dir verlängerungen spiel rüber ja ja achtung da kommt er wieder ja und TOR nein nicht ganz scheiße falscher Winkel nochmal oh nee naah schade oh warte ja hä 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 oh nein da kommen wir drüber ja ich habe auch geflogen was solltest du jetzt wissen Ich fliege, wird was? Schön, wie das da drangekommen ist. Hier ist Ende. Oh, Lugi! Verlängert nur. Ne, weil ich gegen die Wande geflogen wollte. Oh, Lugi legt ab! Oh, wow! Oh! Oh nein, oh nein! Oh mein! Huh, der wär fast in gewesen. In der Tat. Jetzt spring ich aber nur noch vorbei gerade. Nein! Klubst mich nicht! Wir haben gewonnen! Ja! Wuhu! Zum ersten Mal hab ich gewonnen! So sieht's aus. Also wir, aber ich als einzelner Spieler. Du hast auch zum ersten Mal gewonnen! Ja! Ich bin auch glaube ich das erste Mal weiter als... Jetzt haben wir gewonnen! Ja! Und jetzt haben wir ein schönes Match! Halbfinale war ich schon mal, weiß es nicht! Keine Ahnung! Erst das Wildcard-Team aus Versehen rausgehauen! Ja! Aus Versehen! Dann Nils! Mit großem Spaß! Das Match war legendär mit Nils! Und jetzt noch gewonnen! Lugiii schenkt uns das Tor! Lugiii! Schaut auf jeden Fall bei Basti vorbei! Ja, wir machen ja momentan sehr viel mit Basti! Deswegen guck dir das Rocket League Video mal an! Ich hoffe es wird nicht allzu viel geraged! Ich hoffe es wird noch viel mit Humor! Lasst den Grooster! Der kommt richtig ins! Oh Gott! Was ist das hier? Warum ist Basti da weitergefahren? Guck! Was wird grad stehen? Ich hoffe da ist alles gut am Motor! Er fährt wieder! Okay! Boots! Oh Gott! Das ist so ein Ding wie bei... Wie bei Nils! Hahaha! Wie ein Stein kommt der vorm Tor runter ey! Okay! Puff! Wer geht zuerst ran? Lugiii hat getruschi! Nein ich komm nicht ran! Danke! Oh! Hier noch vorne war uns! Servus! Hier wird noch gedrangelt! Scheiße! Ernst! Eiiiiss! Shit! Was machen die da? Ich spiel so lasche... Lasche Dinge! Oh kam ran! Lugiii! 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 Mit dem Feld spiele! So! Jetzt deiner! Ich bin vorne! Aber Scheiße! Kling nochmal nie bitte! Der kommt nochmal zu dir! Und nach vorn! Lugiii! Hier! Zieh ab! Schuss! Ja! Schuss! Ja! Schuss! Gute Vorlage! Gute Vorlage! Gute Vorlage! Wow! Nur als passend gedacht! Oh! Ups! Fast zubeigeflogen! Bicycle Hit! Boah! Der war nice! Den müssen wir uns allen nochmal anschauen! Tut mir leid! Was? Vier! Iiiiih! Die Demüdigung oder was ist das? Die Blutgrätsch! Oh nein! Oh nein! Home Jade! Oh der war schnell! Der war schnell! Kunnte! Der kommt nochmal! Lugiii spielt hier mit mir zusammen! Oh Scheiße! Falsche Richtung! Oh nein! Ich komme hier ran! Lugiii von der Seite! Ah ja! Okay! Busti will mich rammen! Hab ich eindeutig gesehen! Ah schon wieder! Da kommt! Ah! Ah! Da klaut er mir das! Yeah! Busti versucht mich hier nur noch zu fahren! Guck! Da! Guck! Guck! Da! Ein Tor ist das! Der war ja reingegangen! Ich werde hier versuchen! Ich hab nur! Der will mich umbringen! Gute Secure ey! Da! Der wird mir schon wieder hinterher! Hahaha! 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 Höh! Höh! Voll! Da guck! Jetzt kommt er wieder! Höh! 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 Ja jetzt nicht rein oder? Nein, was verfolgt mich? Die Kappen beide an. Komm lass ihn einfach den Ball. Nein, ich block den Ball. Torwart. Der Gucki verfolgt mich. Ach der Rest ist Torsch aus Finn. Ja. Hab ich. Hier Basti nimmt den Ball. Er will ihn haben. Lugi, rühlt nochmal auf. Basti hat den Ball abgelegt. Oh Gott, da kommt's ja ganz sehr gut. Hey, schießt mich raus. Und da wie Basti wär eiskalt. Die ganze Interessen. Was ist denn los ey? Oh, ich bin hoch. Den mach ich. Ich mach's zu. Das ist Lukis Tor ey. Ja, weil er letzte Mal den Ball berührt hat. Was ist das hier? Destruction Derby oder was? Ich bin auch schon noch irgendwo hin. Der ist noch. Ah, schau. Damit haben wir gewonnen, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Basti auf dem Kanal vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Rocket League an wieder, der nach der Gamescom stattfinden wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Lasst einen Daumen da und tschüss. Ciao.